Na, Conker, was zockst'n grade? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Conker's Bad Fur Day, wo ich bis nachgedacht hab und eigentlich wissen müsste, dass wir im letzten Part einen Schalter betätigt haben. Das war gut, dass wir nicht ganz gestorben sind, das war gut. Hier, mit denen hat es nichts zu tun, sondern wir haben noch einen Schalter betätigt, da müsste doch hier unten genau das Ding frei sein. War jetzt nur meine logische Schlussfolgerung. Was passiert, wenn man sinnlos durchschwimmt? Ach, da gibt's ja die Luftflache. Gut, die Kamerasteuerung. Bist du schnell nach oben? Gut. Was ist hier? Lacht was? Hä? War doch was. Hier, ja. Was ist denn hier los? Ach, das läuft immer in die andere Richtung. Das heißt, so müsste ich das... Genau. Muss ich dich so zurückbringen? Okay. Das wird jetzt interessant, wie ich das überlebe. Anscheinend einfach ganz normal. Easy going. Gut, da haben wir doch schon mal einen Kumpel. Guck mal, wir haben so eine Kumpel Diene für dich. Was? Hat sie jetzt gesagt? Na egal. Nein, ich bin da. Nein, ich bin da. Nein, ich bin da. Nein, ich bin da. Ey, oh, hol die Hälte. Komm, put it on, Chris. Häl? Put it on, I like it like that. Oh! 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 Hang on, I think I got it on the wrong way round. Black bugger, you up! What you doing? What? Oh! Oh! Ah, wir müssen mehrere Dinger holen. Okay. Anscheinend. Ich gehe nochmal zurück, weil ich da nicht alles gesehen habe. Jetzt weiß ich auch anscheinend, wie ich ganz locker easy an denen vorbeischwimmen kann. Einfach recht tief schwimmen und da ist kein Problemchen da. So. So. Heute müsste ich besser drauf sein beim Part, weil gestern war ich ein bisschen mehr erkältet. Heute bin ich schon fast auskuriert. Und hier haben wir das große Nix, ja? So. Oh, Mann. Aber da gibt es einige. Wow. What the hell? Gut. Was? Samuel, doch auf! Du Klitter. Oh. Oh. Die Kamerasteuerung ist manchmal... Gut. Genau, jetzt hast du richtig aufgenommen. Ich weiß nicht, warum wir vorhin nicht so richtig... Was? Hail? Nein. Sie hat wahrscheinlich Hail gesagt. Ich verstehe natürlich Hail. Hail. Brr. Einmal schön wenn dessen auf. Einmal atmen. Sie wahrscheinlich eher weniger. Sie ist auch ein Zahnrad. Sie muss ja irgendwie nicht so ganz atmen. Aus dem Wasser können wir springen, aber so können wir nicht springen. Logisch. Ja, geh an. Geh an. Geh an. Diese Assoziation. Rare, was habt ihr bei diesem Spiel gemacht? Zum Beispiel einfach stirben. Das ist gut. Ich habe gehört, das soll gut sein. Akupunktur. Im Wasser. Das soll einiges stärken an Abwehrkräfte. Entschuldigung, jetzt bin ich... Wow, echt. Jetzt bin ich da oben. Ich denke mich, what the hell is going on. Okay, Hauptsache einmal nur einen normalen Schaden. So, passt doch. Oh, da hat sich... Oh, das ist doch bekloppt. Na egal. Das ist hier ein bisschen echt blöd gemacht mit dem Ding. Hätte ja auch tiefer schwimmen müssen. Hätte ich keine Probleme gehabt. Hätte mir einiges ersparen können. An schwachsinnigen... Okay, dann habe ich schon wieder was gehört. Welche Richtung? Welche Richtung bist du? Na komm, sag doch mal was. Oh, das sind zwei. Ach, muss ich dir eine auch wieder... Ich muss die alle wieder drauf machen oder was? Oh, das ist ja unfair. Nur weil ich da... Oh ne, ich werde es ja gleich sehen. Wie viel liegt. Ich muss alle nochmal draufsetzen. Toll. Ist doch cool. Ist das irgendwie nervig oder so? Ich hätte einfach nur diesen einen Schwachsinn dann nicht machen sollen. Wäre alles easy going gewesen. Hilfe, 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 Hilfe. Ja, ja. Schlex. Hilfe. Nein, alles ist so schlimm. Ja, das haben wir schon gesehen. Wir müssen dich alles doch mal ausführen. In... All deinen Details, die du uns hier alles ausführen möchtest. So. Wir müssen das eh noch zweimal hören. Wahrscheinlich beim dritten Mal dann... Ne? Gibt es so einen finalen Satz oder so irgendwas? Keine Ahnung was ich... Na, hol ich mich... Dich... What the hell? Na, los, komm. Aber ist doch perfekt. Schön. Und zurück. Hey. Ich habe ein bisschen was an einem Video-Einstellungen geändert, falls ihr es gesehen habt. Ich habe noch einen Rand eingefügt. Format ist nun geblieben, weil OBL es irgendwie letztes Mal stumm gemacht hat. Deswegen habe ich einfach mal einen Rand eingefügt. Ich hoffe, das stört euch nicht weiter und... Ich hoffe, es sieht trotzdem cool aus. Mit einem Skelett-Boy. Und Konkar noch schön mit drauf. Ja, schon. Oh, Mann. So. Ich meine, so ein Spiel hätte man als Kind gar nicht mal verstanden. Muss man auch mal so sagen. Das versteht man erst so, wenn man alt genug dafür ist. So sagen, wenn ich das öfters als Kind gespielt hätte, hätte ich gar nicht geblickt, was hier abgeht. Sie ist total verwirrt, weil sie als Letzte da war. Okay. Puh. Ist ja egal. Wir nehmen dich einfach. Oder vielleicht war das auch einfach nur ein Bug, dass sie sich so im Kreis bewegt hat. Keine Ahnung. So. Mal gucken, was er zu der Letzten sagt. Oh, ist es. Mal gucken, was er zu der Letzten sagt. Nein, also ein Pfeil von der Hand. So. Nein, C-Ski. Na, geh mal weg. Geh mal weg. Oh, 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 oh! Oh, I'll, oh! Oh, 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 oh! Oh! Oh, oh, oh! Nein, nicht so herum. Du müsstest nur lang genug drehen. Na, machen wir es mal lang genug. Der müsste sich doch irgendwie umändern. Der müsste ja irgendwann genug haben, oder? Ähm, ja gut. Wie schon immer gesagt, Zwischensequenzen sind ein bisschen blöd. Oh oh. Oh 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 meh oh 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 ohиться Ich bin in der Schicht! Das hat es direkt auf die... Ich bin die Güte, Mädels! Wir sind frei zu Ende! Um unsere Revenge zu diesem schweigsten Kog! Grab ihn! Wut der... Oh, oh, oh... Tja... Irgendwann hat alles seine Rache... Nicht Mr. Big Kog! Das ist mir, Buggert! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Danke, Mr. Squirrel! Oh, mein Pleasure! Ich bin weg! 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 Oh, cool! Ich bin weg! Toffee-Nose-Knob! Was? Danke, Mr. Squirrel! Ich bin weg! Oh... Oh! Oh, meine Damen! Warte, war der nicht eingekettet grad? Haben wir den irgendwie angekettet oder was? Ich geh einfach zurück zu denen Dann weiß ich das Wo sind die noch mal gewesen? Hier So Oh Mann Oh Mann Ich sehe ein Brotisch Freund und seine Vitteln heute Ja, also Zeit für das Ich brauche die Kombination Danke Oh nein 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 Sie nicht verstehen Sie nicht verstehen uns Wir können nicht überlegen die klassische Informationen wie das nur für jemanden Wow Wir werden die Gäste öffnen Wollt ihr Damen? Hm Leid den Weg Okay Aha, die Gäste kommen irgendwie auch raus Was auch immer das für Gäste sind Ach, die schwimmen jetzt hinter mir, ja gut Gut, gut Erzähl dir was ein fabulöser Schwimmer ich bin Oh Äh Wollte jetzt ganz Boah, was sind das für Viecher? Oh Wollte jetzt Und dann, Frau Da ist er Oh Oh, schau Oh Guck Er ist Oh, oh Oh, das Oh 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 ich glaube das gefällt ihm nicht so arg das ist doch richtig oder was das hätte keiner hinbekommen ok dann geben wir wieder rein mal gucken was uns jetzt erwartet ok hallo hallo money hallo das geld hallo 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 mein ich glaube ich schieße einfach mal nein warte mit was muss ich auch mal schießen hell was war denn das wird das hast du doch mal das hast du was auch nicht hä nein 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 äh wenn du es kaum schießt ah mit z aha ja gut aha wenn wir dreimal daneben zielen dann kommen die anscheinend zu uns ok das ist doch blöd das war sogar falsch gut weil ich es nicht richtig hinbekommen habe jetzt auch nicht das tee holen wir uns oder ich hoffe dass das irgendwie gut funktioniert wie was ist das was irgendwo müsste doch hier Möglichkeit sein ich gucke mich so nur blöd an und sagen wibbel 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 ja toll wahrscheinlich müsste ich write oder so buchstabieren ne keine ahnung o t e p u n a warte hell so viel kenne ich mich da auch nicht aus ok das wäre das da das ist falsch ok gut ich blicke solche Sachen nicht 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 gut wir kommen da wahrscheinlich zum p hinten dann machen wir es für p open muss ich schreiben oh jetzt sehe ich es da oben oh ich idiot ich bin ein idiot tut mir leid wow das war gut der nächste versuch hoffentlich schaffen wir das in diesem wort der hell oh ich schieße jetzt letztens aber auch nur daneben ich kann es mir nicht leisten wirklich oh ok ok ich hoffe dass ich richtig ja das wäre richtig gut ok 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 jetzt müsste ich hoffentlich richtig sein ich habe es einfach mal und gucken yes so n dann müsste das hier das n sein hoffentlich hoffentlich schaffen wir das dann noch ganz locker easy yes easy going konka wie siehst du denn aus das sieht echt am marsch aus egal was machst du jetzt hm achso damit du unten rein gucken kannst und einfach eine batterie in einer viel zu kleinen helmen reinstecken gut why not so mal gucken was hier so abgeht ah was haben wir denn hier bisschen schnell hinterher oder hier zum atmen noch weiter runter wieder ein Zwischending wahrscheinlich weil wahrscheinlich dann das große fette Ding dazwischen kommen oder mhm aber das ist wieder ok weg boah diese Geräusche von denen nerven mich bis an hier kann man die Kamera leider nicht so ganz frei bewegen ne das ist das was ich immer ein bisschen schade finde an diesem Spiel dann gehe ich den unteren Weg wenn wir da hoffen dass er richtig ist oh oh hier ist keine Wasserstelle hier ist keine Wasserstelle hier ist keine Wasserstelle hallo oh oh konka wird sterben oh 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 da ist das Ding oh 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 na gut ist ja nicht so dass er irgendwie ja gut was der hell warum hier alter jetzt muss ich extra oh oh da ist doch gut dann sag ich doch mal vielen Dank dass ihr in diesem Part dabei wart bei diesem schweren durchatmen dann sag ich doch mal ähm vielen Dank und bis dann bis zum nächsten Part bei dem nächsten Part von Conker's Bad Fur Day wir sehen uns Ciao wo oh oh